20 Impfzentren entstehen derzeit in Niederösterreich, jenes für den Bezirk Zwettl, hier in Groß-Gerungs. Warum das so ist, das fragen wir jetzt gleich den Bürgermeister. Herr Bürgermeister, warum ist denn das für den Bezirk Zwettl nicht in der Bezirkshauptstadt, sondern hier in Groß-Gerungs? Ja, diese Frage natürlich, glaube ich, stellen sich viele, aber es gibt ja von diesen 20 Impfzentren in Niederösterreich, glaube ich, 8, die nicht in der Bezirkshauptstadt sind und die Entscheidung ist von den Fachleuten des Landes Niederösterreich gefallen, das heißt, die haben sich die Möglichkeiten angeschaut und haben halt festgestellt, dass die Räumlichkeiten, die wir zur Verfügung stellen können, hier in Groß-Gerungs idealer sind, als vielleicht in Zwettl es dort angeboten wurde und so haben sie es für Groß-Gerungs entschieden. Was bedeutet das jetzt für die Gemeinde, wie viele Mitarbeiter im Hintergrund und so weiter müssen Sie zur Verfügung stellen und wie läuft der andere Ablauf ab? Also wir müssen drei Ordnerdienste zur Verfügung stellen, das werden wir auch mit unseren Nachbargemeinden entsprechend koordinieren, die uns dabei unterstützen und alles andere wird zentral zur Verfügung gestellt von der Organisation, die jetzt in nächster Zukunft das Rote Kreuz sein wird und dann irgendeine andere Organisation. Sie haben aber vor Ort trotzdem einen sozusagen Koordinator, haben wir vorher kurz gesprochen, mit Peter Himmelsberger. Was hat denn da alles zu tun und was muss man denn da alles für eine strukturellen und organisatorischen Dinge erledigen? Ja, also ich muss mir an dieser Stelle ganz besonders beim Peter Himmelsberger bedanken, der also einen unglaublichen Einsatz hier geleistet hat. Das hat ja schon seine Fähigkeiten bei der Teststraße, die wir ja auch nach wie vor weiter im Betrieb haben, gezeigt. Aber dieses Impfzentrum aufzubauen mit den vielen Firmen, die hier das aufgebaut haben, mit den Koordinationen mit dem Land Niederösterreich, wo er für mich diese Tätigkeiten gemacht hat, da kann man nur sagen Hut ab und herzlichen Dank dem Peter für das, was er in den letzten Wochen hier geleistet hat. Ganz kurz noch zum Schluss ein paar Zahlen und Fakten vielleicht. Die ersten Impftermine, glaube ich bis Juli oder so, sind schon vergeben. Wie viele Impflinge erwarten Sie denn hier so circa? Es ist ein bisschen schwer zu sagen. Jetzt ist es so, dass wir vielleicht an einem Impfnachmittag, der von 14 bis 20 Uhr ungefähr laufen wird, drei, vierhundert nehmen wir an, dass hier geimpft werden. Ja und die endgültige Zahl ist insofern nicht festzustellen, weil es ja von den Impfdosen abhängt, die kommen. Wenn also mehr Impfstoff kommt, wird natürlich dann erhöht. Jetzt werden ja nur Mittwoch und Donnerstag vorläufig geimpft, aber dann werden sechs Tage in der Woche geimpft und dann wird natürlich die Kapazität entsprechend hochgeschraubt. Ab wann das ist, hängt von den Impfstoffen ab.